Hallo und herzlich willkommen hier bei G-Zag. Ja, schon länger kein Video mehr gekommen. Eine kurze Info, was das Polizei Felsbrunn betrifft. Das geht aktuell nicht weiter, weil wir keine Zeit haben bzw. weil ich keine Zeit finde und mein WarsLP auch erst dann Zeit hat, wenn ich arbeiten muss. Ja, finde ich auch sehr schade, aber kann man halt nichts machen. Ich habe mir heute gedacht, ich mache mal dieses Video, denn ich habe es glaube ich schon mal angekündigt gehabt oder auch nicht, keine Ahnung. Ich möchte eine Playlist machen mit den ganzen LS19 Downloads in Form von Modvorstellungen. Und ja, da hätte ich wieder etwas, was zwar noch nicht fertig ist, aber wo ich mich definitiv frage, ob ihr da einen haben möchtet. Ja, fahrt einmal geschwind zum Shop. Denn ihr kennt den VW Golf Variant, ihr kennt den Suzuki Swift, ihr kennt den Subaru Forester. Und ja, jetzt habe ich doch heute wieder zwei neue Fahrzeuge, die wie gesagt halt noch nicht fertig sind. Und zwar einmal einen Citroën Berlingo und einmal einen Peugeot 508 SW. Bei das 2019er Modelle. Und ja, was man gleich dazu sagen kann, der Bellingo hat wenigstens einen Innenraum, der Peugeot nicht. Ja, also hier wäre sicherlich, denke ich mal, mehr Interesse als beim Peugeot. Ja, Rückfahrkamera hat er hier natürlich auch, wie man gerade sieht. Ja, jetzt noch. Ja, die sind halt beide noch nicht fertig, weil bei beiden fehlt Real Light, das richtige Kennzeichen, was dann noch drauf kommt. Was ich dann noch drauf gebe, fehlt noch und ja. Aber sonst sind die so einmal lichttechnisch ready. Ja. Ja. Exit Point gehört eventuell noch angepasst. Und dann haben wir halt da noch den Peugeot. Der hat halt keinen Innenraum. Auf jeden Fall nicht den, den er eigentlich haben sollte. Ja. Wie ich sagen, schaut sehr edel aus. Ja. Ja. Ich habe die Säcke. Und ja. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Ich wollte den unbedingt haben. Ich habe ihn jetzt. Und ja. 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 Schreibt es einmal rein, ob ihr den Citroën oder ihr den Peugeot haben möchtet. Ja. 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 Hebat in den Belrate Equipment. Und jetzt überlegt euchs einmal. Ja. indem ich verprom折." Ja. Wie der 8 М850i betrifft. Der bleibt privat. Bis dahin, Jeffiting habe ich Ehre und schreibt es in den Kommentaren, wenn ich was ihr haben wollt. Citroën oder Peugeot? Beides werde ich nicht machen. Bis zum nächsten Mal, Jeffiting habe ich Ehre, habe ich Ehre.